KUTAN Immobilien. Seit fast 30 Jahren für tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN Immobilien. So, 9 Meter Schießen. Der ESV startet dieses Abenteuer. Thomas Silbert mit der 8. Der erste Schütze gegen Ante. Erste Sovac im Tor eines FC Korts. KUTAN Immobilien. Leicht verzogen. Salvatore di Rossellini. KUTAN Immobilien. Lektische Führung für Roasia. 4 zu 3 in der Gesamtwerte. Azain U-Chair für den ESV. in die Mitte und ins Glück. Peter Provo auf dem gelben Hemdplatz, mit der in den Hosen! . Ja, ja! Ja! Nicht! Der Toni Markovic trifft... ...für den FC von Astia. ...für den ESV. Runde Treffer durch... ...Jetzt haben wir ihn gesehen, Tatmann Fünfer. Janko Kulczak mit den sechs Zucken. Da ist er vorbei. Der Schuss von David, Platz 3 für den FC Forza Löfigswald. Herzlichen Glückwunsch zum Rektenkanz. Prost!